In diesem Video geht es um die besten drei Überwachungskameras für zu Hause. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Ausgestattet mit einem Solarpanel und einer Batterie kann die kabellose WLAN-Außenkamera dauerhaft mit Energie versorgt werden. Sie funktioniert auch dann normal, wenn ein geschickter Dieb die Stromversorgung unterbricht. Die kabellose WLAN-Außenkamera unterstützt eine horizontale Drehung von 355 Grad und eine vertikale Drehung von 120 Grad. Du kannst die Kamera über die App steuern, um einen 360-Grad-Schutz für dein Zuhause zu bieten. Dank der Full-HD-Auflösung von 1920X1080Pi bietet diese batteriebetriebene WLAN-Außenüberwachungskamera klare Bilder. Die WLAN-Außenkamera verwendet den aktualisierten AI-Algorithmus und den PR-Sensor, die menschliche Form, Aktion genau identifizieren können und dir die Informationen senden, damit du zeitnah reagieren kannst. Du und deine Familie können über eine Smartphone-App alle Eigenschaften online überwachen. Jetzt direkt sparen Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Erfasse alles, was um dein Zuhause herum passiert, mit einer klaren 2K-Auflösung und einer farbigen Nachtsicht mit Highlights. Große 130 Grad, Weitwinkel und stabilere Verbindung. Beobachte, höre und spreche mit Besuchern. Löse über die VIKORUM-App jederzeit die Sirene und die Scheinwerfer aus, um die verdächtige Person zu warnen. Die Gehoma Außenkamera kann Menschen, Tiere, Fahrzeuge durch den KAY-Algorithmus unterscheiden und unterstützt die Erstellung von drei benutzerdefinierten Erkennungszonen. Richte es einfach ein und du bist bereit. Du kannst die Sicherheitskamera überall mit der magnetischen Halterung befestigen, sie sicher befestigen. Mach dir keine Sorgen, dass du wichtige Momente verpasst. Kostenloser Cloud-Rollback für 7 Tage, erweiterte Videobenachrichtigung, 2-Wege-Audio, langlebiger Standby-Akku, SD-Karten-Support. Folge durch den KAY-Algorithmus unterscheiden und unterstützt die Erstellung von drei benutzerdefinierten Erkennungszonen. Richte es einfach ein und du bist bereit. Du kannst die Sicherheitskamera überall mit der magnetischen Halterung befestigen, sie sicher befestigen. Mach dir keine Sorgen, dass du wichtige Momente verpasst. Kostenloser Cloud-Rollback für 7 Tage, erweiterte Videobenachrichtigung, der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Das Blackview A70 Pro Smartphone zeigt seine lebendige Persönlichkeit mit glänzenden Oberflächen, tiefen Reflexen und ist in einer Auswahl von vier frischen Farben erhältlich. Fantasy Black, Mint Green, Guava Red, Smoky Blue. Das Blackview A70 Pro 4G Smartphone mit dem Unisoc T310 Prozessor, dem weltweit ersten Quad-Core LTE-Chip mit Big Core, bietet hohe Rechenleistung und niedrigen Energieverbrauch. Mit einem Screen-to-Body-Verhältnis von 87,6% auf dem 6,517 Zoll Butter-Drop Display im 20,9 Format und einer Auflösung von HD Plus 720 X 1600 werden Details lebendig mit lebendigen Farben und brillantem Kontrast. Das Blackview A70 Pro ist ein 4G Dual-SIM Smartphone, mit dem du eine SIM für die Arbeit und eine andere für die Unterhaltung verwenden kannst, um problemlos zwischen den beiden SIM-Karten zu wechseln, je nach Bedarf. Asta Sie müssen